moin moin willkommen zurück zu einem neuen video heute gibt es gleich zwei gameplays für euch witzigerweise auch quasi mit denselben endzones ich habe noch nicht viele ranked gameplays auf unter challenge dieses season gespielt und zwei davon die ich dann doch gespielt habe seht ihr heute eins auf stream eins mit dem stream also wundert euch nicht wenn im ersten die facecam da ist und es sind glaube ich sogar fast die gleichen endzones und das obwohl ich quasi weiß ich nicht eine handvoll spiele erst gespielt habe aber zweimal unterschiedlicher ausgang also viel spaß mit dem video ich freue mich richtig darauf dass der rank grind jetzt weitergeht richtig bock auf neue videos ich habe richtig bock auf content ich habe es euch letztes mal schon gesagt und macht einfach wieder richtig laune sachen hochzuladen ich hoffe euch gefällt wie immer wenn es euch gefallen hat vergesst nicht den kanal zu abonnieren vergesst den like dazu lassen wenn es euch gar nicht gefallen hat lassen dislike da wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten mal vielleicht sogar schon im stream wie gesagt roto partner soll dieses jahr drin sein falls ihr mit der bock hat mich zu unterstützen würde ich mich natürlich sehr freuen link dazu in der beschreibung jetzt viel spaß mit dem video haut rein und bis denn ist eine gute frage oh zweifach visieren kraft ja das bräuchte ich nämlich auch alter das war in den binnen hier außen ich werde eigentlich schon gerne kraft ja von mir aus ich werde down to kraft ich glaube schreiner ist auch kacke dein komplettes umfeld auto wohnung ist immer voll mit diesen ganzen feinen holzstoffen nicht ständig maske tragen und die farbe der arbeitskleidung ist doch halt was trägt denn schreiner hellbraun ich glaube relativ close jetzt tatsächlich er kostet der kostet der kostet solo ich werde die wird auch mal nichts gehört von dem dude kann ich an meine box oder muss es zum caustic ok hier kann man einfach von zu vielen seiten kommen wir haben ein zweifach genommen du bist so ein hampelmann alter hier müsste was sein ja da geht einer gratis hoch feit nach hart die ist tot ist tot ist tot und aufpassen jetzt ich lass sie uns hinterlaufen das wäre natürlich tragisch die let's go moment aus der sohn kam keiner die stehen alle da ich sehe nur nix in dem scheiß das ist eine gute kaputtmachung lass mal hintenrum lass mal hintenrum lass mal nicht hier an der ecke stehen bleiben ich bin hier die droppen hier drin die droppen hier drin der ist low dahinter kaum als ob da nicht da durch geht einer ist hier auf der brücke ein einziger ist ne bang ist ne bang auf der brücke das war übrigens verdammt knapp gut überspielt mein sprung von der von der map alles geplant das war wirklich sehr knapp ich sehe den dann nicht krypto drohne von da aus der ecke da ich weiß nicht ob der da sitzt sitzt er unter der treppe da läuft gerade ein team lang ich wette das sind die das sind die treppe da wäre geil die kommen wir da hin kommen wir da drüber geholtet gerne über die wand und dann landen wir hier unten ja ok let's go was versuchen mein star vielleicht haben die nein nein die wissen die wissen die wissen die wissen 150 auf einen auf den gibster ordinate hätte die net war doch geil alter was ist da los die weg ist low ich auch ein crack 230 kommt nach vorne kommt nach vorne push das mit mir 60 auf die weg die binteria cracked markt gb gb down gb down spiel ruhig spiel ruhig heil dich heil dich heil dich heil dich ich sehe nicht lass dich pushen mich lass dich pushen komm fuck it die ist flash die ist immer noch flash nice nice die ist gold gute mann hier ist keiner drin gb hat keinen der hat auch keinen ff hast du einen dabei ff hast du einen dabei ja ich glaube nicht hier hier gegenüber gegenüber oh sorry die arme sau alter 20 flash nein nein der ist down doch nicht flash nein der wurde abgezogen ernsthaft das gehören fuck it er hat halt in den reingegrappelt wenn ich das nicht gehören habe ja ja wir können wir peaken vielleicht ein bisschen what the fuck ist das denn bitte alter hattet ihr noch granaten ihr safe ja ich habe einen axe da wir müssen aber ganz genau hingucken um da was zu sehen ich sehe gar ich habe keine ahnung was was ist da leuchtet ja alles ja man ich glaube das sind drei path rampart und noch irgendwer ich glaube nur horizon oder so oh gott der ist hier vielleicht dazu ich weiß nicht ich mache auf jeden fall mal die mehr schaden wir haben aber einen geilen high ground hat er schwere ja doch schon nice 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 also auf nächste zone kommt jetzt ne und das geht jetzt kaputt guter call guter call ich habe zwei arks brauchst du einen arg brauchst du einen arg brauchst du einen arg hier hier ist da ein beacon drin ja ein crack da wir können hier aber auch weiter noch ein bisschen den headwind spielen oder ihr holt mich da ein we spawn beacon den die geworfen haben das ist ein guter plan das ist ein guter plan das ist ein guter plan die rave portelt hier hin spiel lieber gegen die anderen oder das ist auch auf unserer seite ich gehe weiter an die wand hier wir sind da ich stehe hier im baum einer ist drin wand kaputt gemacht wir müssen gleich hier nicht pilzen ja hinter dem biegen hinter den biegen 100 auf die 100 auf die ich hab dich ich hab dich down die rampart ich gönne mir eine bett ist der squad tot Rampart tot Warum schießt du auf mich du Knecht bin da die sind noch zu dritt alter hinter dir warum grieft die denn die rave stark gespielt digga stark gespielt die gegner kommen näher meine vor allem sinken ich glaube zu der left zu der left ja ja wir fahren hier schmutz will ich jetzt auch nicht Gibi flash Gibi flash schuldig punkte let's wonder ich schwöre es push denn einfach mal platzern wollen ok doch einer den gibi bitte 87 warte ich komme zu euch in die Ecke direkt 60 ich gebe mir eine bett ich gebe mir eine bett hier sind drei teams boys Gibi gibi im offenen one und der bubbelt im perfekten moment alter der ist jetzt zweimal mit dem Leben davon gekommen ich raste aus ich habe den nochmal 30 gezogen und es hat immer noch nicht gereicht ich gebe mir eine bett die nächste da ist kein shade swap drin warum muss denn das team von innen grieven alter zweifach drin willst du das? ja ja steht an einer Ecke unter dir das ist der paar der Gibi gute old gute old Gibi Gibi habe ich der Gold der Gold war da ein Team? ne ich glaube nicht ok Team der Gibi ist raus von hinten Team na na sollen wir fliegen Mike? ja goldner Helm ist hier drin nur ach komm keine Rüstung scheiße da sind ja noch mehr Bins da unten ich kann kurz backcraften schnell hatte noch mehr ja ja reiche ich habe jetzt 140 und 120 ja ich habe jetzt auf meiner K auf leichter gewechselt das ist ja das Gute man ist ein bisschen flexibel ja stimmt ja komm welche an den Bins an den Bins an den Bins man ich werde instant gelasert alter ich brauche dich hier Mike hä der ist uns ausgesprungen oder bin ich dumm um 83 auf die Bank cracked down 50 auf irgendwen ich kann das mit einer weißen Rüstung nicht pieken alter ich habe irgendeinen noch getötet äh angemops ich spiele einfach Zone Jungs Zone 3 das tut weh die müssen eh kommen ich gehe hoch ich spiele Zone ich gehe hoch ich spiele Zone ich versuche mein angle zu nehmen von hier ey was die werden dann nicht hoch pushen als das wäre so dumm ansonsten habe ich einen Winkel wo stehen die denn jetzt ich glaube immer noch da links oder was da steht auch einer hinter mir auch 150 die habe ich hier in Schacht hä ich habe da äh äh nice 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 hier ist ein Full Team hinter mir aber ich habe die noch der Bloodhound hat geultet alter ist ja kacke ich habe irgendeinen Bloodhound grad gedowned in der Zone wahrscheinlich da hinten oh die tut weh die Zone bei euch hast du eine Drohne Mike? da brauche ich nicht äh sind die da hinter der Mauer ein Squad ist rechts auf jeden Fall da ist noch einer mit dem Bowcheck unterwegs sagst du wenn ich mal ernst bin wie ich ich habe dich schon vor 180 getroffen die mich noch gar nicht also der Squad der da hinten steht hat gleich ein Problem alter zack nochmal 54 ich gucke mal ob ich einen Winkel kriege ah fuck der scannt mich in dem Moment ich gucke nochmal ob ich einen Winkel kriege trackt ihr Loser der Respond Center steht wunderbar boah Digga ich ja ich dachte falls ich sterbe ich habe hier wirklich einen ganz geilen Winkel auf den einen Squad und die haben der Squad vor uns ist gleich voll am Arsch alter die müssen raus pushen kann nur sein dass ich bald Waffe wechseln muss aufgeladene Sentinelle oder was? naja der Blatthauend aber ich fress den gerade richtig hier weg die Wraith ist das übrigens mit dem Bowcheck aber die ist kacke ohhhh nevermind im phoenix wir müssen uns um den Spot jetzt kümmern komm mal mit hier ein bisschen die pushen die haben dann noch 10 Fett hingelegt ok ich gehe rechts lang oben drauf oben drauf alter hinter dem Stein die sind zurück die sind zurück die sind am Arsch oh die sind am Arsch ich mache das Pad kaputt ich nehme die so auseinander ich glaube der Blatthauend ist 1 der Octane ist da drin ja 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 da müsste das ist gut nein nicht getroffen ja weil der gerade im letzten Moment rausgesprungen ist aber wer wäre der kompletten High Ground hier echt? ja hier rechts ist keiner mehr ich bin ich gucke links runter nein nicht so weit nicht so weit meine ich hier oben meine ich da drin weiß ich nicht ob die da noch drin sind ne ich glaube die sind rausgesprungen wegen der Granate zumindest der Octane der da drin war ich glaube ein Team ist Low Ground guck mal da auf die Sip bleiben ja ja hier an der Sip da ist einer drin rechts 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 kill den nice sehr gut hier ist ein Wraith hinter wenn ihr da die Sipline haltet haltet ihr die Sipline ich halt hier den Scheiß ich habe mir noch schnell den Schildswop da rausgeholt bevor die Kiste runtergefallen ist du Pimmelberger nice da einen gecrackt da da ja ich will nicht überpeaken alter ein down nice nice linke Seite ist ein Wraith linke Ecke hier hinter ne in Octane war das ja ich glaube ein Bloodhound Gibi Gibi im offenen Gibi 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 cracked 70 Flash kriegst du den Gibi alter da an der Ecke sitzt der 51 von hinten von hinten Vorsicht ich geb mir ne Bat ich geb mir ne Bat nein ihr müsst schießen ein Zipline einen hab ich grasiert vor 100 irgendwas ein down Rest 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 Rest. Ich versuch's Komm Das ist der letzte. Lass auf nachelfen, bitte Nein, der ist Cray. Nice, let's go! Stabile Runde. Ich krieg mal wieder die Motten, ey. Wenn nicht sehr viel Effen aus, der Bubble rauspuscht mit seinen Händen, alter. Ich dachte, solange der Kloß an der Bubble noch ist, der eine Schlag würde reichen. Ja toll, jetzt Mike Dior, oder was? Let's go, dann geh ich mir jetzt in meine... Schaden, Junge, dieser Bubble-Check ist hammergeil. Er macht mega Spaß, oder? Ich geh eben meine Guffel an mir gleich am Start. Ciao.